Hi Jacqueline. Hey Jenny. Na, wie sieht's bei dir aus? Es geht. Ich bin ein bisschen im Stress. Die Minou hat meine Tanzschuhe kaputt gebissen. Und ich habe nächstes Wochenende ein Turnier. Ich brauche dringend neue Tanzschuhe. Ach herrje. So was Blödes. Ich muss jetzt extra nach Düsseldorf fahren, um ein neues Paar zu kaufen. Wie wäre es, wenn ich dich begleite? Das wäre super. Ich weiß nämlich noch nicht, welche Farbe ich haben will. Dann komme ich mit. Sollen wir in einer Stunde losfahren? Ich hole dich ab. Das passt. Bis gleich.